Wichtige Änderungen für Millionenrentner in der gesetzlichen Rente im Jahr 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Jahr 2023 hat begonnen und damit auch wieder Neuerungen und Änderungen in der gesetzlichen Rente. Und in diesem Video werde ich Ihnen in der gebotenen Kürze oder Länge mal kurz erläutern, welche Änderungen im Jahr 2023 für Rentnerinnen und Rentnerarbeitnehmer in Deutschland anstehen werden. Das neue Jahr 2023 hat ja heute am 01.01.2023 begonnen. Also starten wir mal und los geht's. Die reguläre Altersgrenze wird angehoben. Die Altersgrenze für die reguläre Altersrente, also die Regelaltersrente, steigt zu Beginn des Jahres 2023 auf das 66. Lebensjahr. Das gilt für Versicherte, die 1958 geboren wurden und im nächsten Jahr 65 Jahre werden. Für diejenigen, die später geboren wurden, erhöht sich das Renteneintrittsalter. 2031 ist die Regelaltersgrenze von 67 Jahren erreicht. Das gilt für den Geburtsjahrgang 1964. Die nächste Altersgrenze wird angehoben und zwar die Altersgrenze für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die kennen Sie unter dem Schlagwort Rente ab 63. Bei dieser Altersrente steigt die Altersgrenze für 1960 Geborene auf 64 Jahre und vier Kalendermonate. Für diejenigen, die später geboren wurden, erhöht sich das Renteneintrittsalter weiter. Bis 2029 dann die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht ist. Das ist also praktisch der Zustand, den ich auch schon in anderen Videos immer wieder beschrieben habe, wenn die Leute mit Geburtsjahrgang 1964 dann in Rente gehen. In diese Rente gehen können sie nur noch mit Vollendung des 65. Lebensjahres in diese Rente gehen. Die Hinzuverdienstgrenze für die vorgezogene oder vorzeitige Altersrente fällt 2023 definitiv weg. Ab Januar 2023, also ab heute, wird ein Hinzuverdienst für vorgezogene oder an vorgezogene Altersrenten nicht mehr angerechnet. Zusätzliche Einkünfte führen damit nicht mehr zur Kürzung einer vorgezogenen Altersrente. Mit der Regelung soll die Weiterarbeit oder Wiederaufnahme einer Beschäftigung nach Renteneintritt erleichtert werden. Die Aufhebung der Hinzuverdienstgrenzen gelten sowohl für Bestandsrentner als auch für Neurenden. Also für Leute, die ab 2023 dann in Rente gehen. Ich halte diese Regelung für absolut sinnvoll. Hinzuverdienstgrenze für Renten wegen Erwerbsminderung steigen. Auch dazu haben wir schon berichtet im alten Jahr. Aber ab heute auch die gute Nachricht. Die Hinzuverdienstregelungen wurden ja geändert bei den Renten wegen Erwerbsminderung. Ab dem 1. Januar 2023, also ab heute, gibt es eine dynamisierte Hinzuverdienstgrenze. Bei Bezug einer Rente wegen teilweise Erwerbsminderung ergibt sich für 2023 eine Mindesthinzuverdienstgrenze von rund 35.650 Euro. Bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung liegen wir dann bei rund 17.820 Euro Jahreshinzuverdienst. Und nicht zu vergessen, auch eine wichtige Neuerung in diesem Zusammenhang. Der Hinzuverdienstdeckel ist bei der Berechnung, der Anrechnung des Hinzuverdienstes bei Renten wegen Erwerbsminderung ersatzlos gestrichen worden. Es gibt nur noch die 40% Anrechnung. Auch eine sehr gute Regelung. Dann haben wir ab dem Januar 2023 wieder die Verlängerung der Zurechnungszeit für Rentner, die eine EM-Rente ab 2023 bekommen. Die Höhe der Erwerbsminderungsrente berechnet sich aus den bisher zurückgelegten Versicherungszeiten. Zusätzlich werden erwerbsgeminderte Menschen durch eine sogenannte Zurechnungszeit de facto so gestellt, als hätten sie mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen weitergearbeitet und Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt. Dadurch erhöht sich ihre Rente. Und Sie wissen ja, seit 2019 wurde diese sogenannte Zurechnungszeit deutlich ausgeweitet. Das führte dazu, dass ab 2019 Rentnerinnen und Rentner, deren Renten ab 2019 begonnen haben, deutlich höhere EM-Renten zum Teil bekommen haben, die auch zum Teil deutlich über den Höhen der Altersrenten gelegen haben oder auch liegen. Das ist auch heute noch so. Und die Zurechnungszeit, die bei Beginn der Rente 2023 hier jetzt herangesetzt wird, endet mit Vollendung des 66. Lebensjahres. Also auch eine positive Veränderung für EM-Renten. Der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung bleibt stabil. Das heißt, wir bleiben auch am 01.01.2023, also heute bei 18,6% Beitragssatz. Zum 01.01.2023 ändert sich die Beitragsbemessungsgrenze. Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt in den alten Bundesländern 7.300 Euro ab 2023 und in den neuen Bundesländern 7.100 Euro. Also Sie sehen auch, hier gibt es so nach und nach eine Angleichung. Freiwillige Versicherungen, das ist eine wichtige Änderung. Die Mindest- und Höchstbeiträge steigen ab 2023. Der Mindestbeitrag für die freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt ab dem Januar 2023 96,72 Euro. Das ist eine deutliche Verteuerung zu dem, was wir bis zum 31.12.2022 an Mindestbeitrag, 83,70 Euro hatten. Grund hierfür ist die Anhebung des Mindestlohnes von 12 Euro die Stunde und der damit verbundenen Erhöhung der Minijobgrenze auf 520 Euro monatlich. Der Höchstbetrag zur freiwilligen Versicherung, die Sie monatlich ab 2023 gerne zahlen können, steigt in den alten und neuen Bundesländern von 1.311,30 Euro im Jahr 2022 auf 1.357,80 Euro im Monat oder ab Monat 20, ab Monat Januar 2023. Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung können alle diejenigen Versicherten zahlen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und mindestens 16 Jahre alt sind. Sie dürfen aber in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht pflichtversichert sein. Pflichtversicherung schließt eine freiwillige Versicherung grundsätzlich aus. Die Midijobgrenze, also die Höchstgrenze für eine Beschäftigung im sogenannten Übergangsbereich, steigt im Januar 2023 von 1.600 Euro auf 2.000 Euro. Auch hierzu haben wir im alten Jahr 2022 schon umfassend berichtet. Was ändert sich bei der Steuer für Rentner oder Steuern und Rente ab 2023? Wer ab 2023 in den Ruhestand geht, muss einen höheren Anteil seiner Rente versteuern. Ab Januar 2023 steigt der steuerpflichtige Anteil der Rente von 82% dann auf 83%. Das heißt, nur noch 17% der Rente wären steuerfrei, wenn ihre Rente heute ab dem Januar 2023 beginnen würde. Bei Bestandsrenten bleibt der festgesetzte steuerfreie Rentenbetrag natürlich erhalten. Da ändert sich nichts. Bei der Altersvorsorge wird der vollständige Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen ab heute vollzogen. Das heißt, ihre Aufwendungen, die sie als Rentner zum Beispiel immer noch haben für Beitragsleistungen in die Rentenkasse, werden ab heute voll steuerpflichtig oder voll abzugsfähig bei ihrer Steuererklärung werden. Damit soll die doppelte Besteuerung von Renten unter anderem vermieden werden. Der Ausbildungsfreibetrag für volljährige Kinder, die sich in der Berufsausbildung befinden und auswärts untergebracht werden, steigt von 924 Euro auf 1200 Euro pro Kalenderjahr. Am 2.12.2022, das wissen Sie vielleicht noch, wurde das Jahressteuergesetz durch den Bundestag beschlossen. Damit erhöht sich, oder mit dem Jahressteuergesetz 2022 erhöht sich ab 2023 der Grundfreibetrag für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner von 10.347 Euro auf 10.908 Euro. Der Grundrentenzuschlag, den viele Rentnerinnen und Rentner ab 2021 erhalten haben, ist rückwirkend ab 2021 steuerfrei. Auch dazu haben wir im alten Jahr schon berichtet. Einnahmen aus einer PV-Anlage werden für das Jahr 2022 rückwirkend, für das Jahr 2022 bis zu einer bestimmten Anlagengröße steuerfrei gestellt. Also darauf fallen dann keine Einkommenssteuern mehr an. Ab 2023 ist der Erwerb und die Installation einer PV-Anlage umsatzsteuerfrei auch wieder an eine bestimmte Anlagengröße gekoppelt. Der Krankenkassenzusatzbeitrag erhöht sich. Dadurch werden wahrscheinlich ab 2023 Netto-Renten geringer werden. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen die ersten neuen Rentenbescheide bei Rentenbescheid24.de bekommen. Und dann werden wir sehen, welche Auswirkungen das auf die Netto-Rente haben wird. Aber wir gehen davon aus, dass die Netto-Renten dann niedriger ausfallen werden. Zum 1. Januar 2023 wird die Gas- und Strompreisbremse eingeführt. Was wir aktuell beobachten können ist, dass die Gaspreise, vor allen Dingen die Gaspreise, deutlich sinken. Welche Auswirkungen das dann auf uns Verbraucher, auf Millionenrentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmer, Unternehmen haben wird, bleibt abzuwarten. Wir gehen aber davon aus, wenn wir die Zahlen aus dem alten Jahr, also im Dezember 2022, von den Spotmärkten uns anschauen, dass wir bei den Kilowattpreisen hier deutlich, schon deutlich unter der Höchstgrenze für die Gasbremse von 12 Cent liegen. Hoffen wir, dass wir hier auch bald eine tatsächliche Entlastung durch Gas- und Strompreisanbieter bekommen werden. Ja, und last but not least, mit größter Spannung erwarten wir im März 2023 die aktuellen oder die finalen Zahlen für eine mögliche Rentenanpassung zum 1.7.2023. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, was da der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil von der SPD, uns dann im März 2023 präsentieren wird. Sicher gibt es noch viel mehr Änderungen in Sachen Rente ab 2023 zu berichten oder Ihnen zu erzählen. Wir haben aber aus unserer Sicht die wichtigsten Änderungen einfach mal zusammengestellt und hoffen, Ihnen einen guten Überblick gegeben zu haben. Ich wünsche Ihnen definitiv einen wunderbaren Start in das Jahr 2023. Bleiben Sie gesund und schauen ab und zu einfach mal auf unserem YouTube-Kanal von Rentenbescheid24.de vorbei und informieren sich in Sachen Rente. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.